hallo leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren runde 2 free alliance version mit dabei ist der el schakal und mit dabei ist der lumpy kator das bin ich wir tanzen hier lustig ich finde das geil ja servus erst mal ja hat zwar nicht ganz synchron geklappt aber besser als gar nicht bei mir ist perfekt synchron es ist super ja du bist heute hier partie chef ihr seht oben wir haben es geschafft eine lobby zu erstellen und sind jetzt hier das leben muss nur wie weil sie sind ja klar du wolltest dir noch eine andere waffe und dazu gesagt naja ich probiere mal gucken ob wenn wir jetzt hier nur zu zweit unterwegs sind wie es da läuft mit der reife ansonsten hatte ich mir eventuell überlegt wo habe ich das knell will die auch nicht wo könnte ich noch mal waffe wechseln da musst du mal hier du musst zu dir nach hause gehen und dann kannst du hier den schrank reinkrabbeln ich glaube mal mein schrank da kannst du dann ausrüstung wechseln change equipment ich hatte vorhin eine andere waffe gekauft eine bessere jetzt ist sie schon gar nicht mehr drin gut vielleicht hast du dich schon nicht oder stories worden schielt les piratas ich nehme jetzt einfach mal ich lasse jetzt erst mal die bumme ja okay du kannst auch deine waffen übrigens verbessern hier bei dem schmied kannst du machst du natürlich deine waffen hast du waffen halt dein fortify wappen kann es halt verbessern und reforge wappen da kannst du bestehende waffen als ressource benutzen um andere waffen zu bauen ja das dachte ich mir schon so ähnlich ja ich musste der fortify kann ich noch nicht machen mir fehlt bei den robben ist auch nicht schlimm ist doch erst mal bei mir so ein bisschen rum bereit aber wenn du r1 gedrückt hältst kannst du normal rennen das fokus kostet ich gehe mal was ist ja welcome back trug mission ja lass einfach mal die first mission und zwei kunden reinigen zu aussuchen den wollen wir denn mitnehmen den professor will ich auf jeden fall nicht mitnehmen bis zu müssen die hexen den kleinen du den das ist ein weifel tut ja immer noch ein reifel tut mit so für mich als kompagnon und die fähig weil sie einfach hübsch aussieht ja wenn die zudem wir haben neben mir kein ok zeichen wieso wenn wenn ich das jetzt hier annehmen erhält ihr doing well group mission and other players currently selecting a mission please wait a moment so okay also musst du jetzt wahrscheinlich nach vorne am tor sommer mal was hat nicht accept the mission leave anyway no was ich weiß ich warte mal would you like to cancel the mission no hey jetzt hast du angenommen ja na ich stehe am tor ich muss ans tor gehen ah das ist das geheimnis so die nein so die ich mag es lieber französisch ist auch die na gut ich verspreche mit meinem typen auch auf die rennen direkt weg was ist mit dem verkehrt alter die gehen direkt ab ich will auch da runter ja das ist ja das was ich meinte ich 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 kriege ja selten gegner weil die immer sofort los tingeln ja lasst mir die einfach mal machen ich säubere die kriegst du auch ressourcen ja hier ist direkt verbutt ich lade auf und feuer und er hat mich er hat wieder hätten hat verpasst die sau nachladen was wir gut beschützen ich will den auch haben ja ich sehe die weak points von denen wirklich ich habe jetzt am hals einen roten punkt gehabt ich sammle den mal ein da hinten ist noch einmal boom bitch kreis 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 nix kreis kreis geht nix habt ihn alles schon gekippt ich krieg ja auch kreis kreis aber musste doch nachdem jetzt mitnehmen der cool wenn wir die nicht mitnehmen wissen ja das wäre ein bisschen einfacher so ich habe mal nachladen wir haben ja oben noch nicht nur drei stunden naja ich muss noch mal jetzt lass mich doch zu den blöden gegner machen ja der lobby der fett sich ein bisschen durchs bild clear time 133 so wenn wir jetzt wirklich bloß drei missionen machen können wird eine kurze folge dass man seine waffe wegpacken müssen ja noch also übrigens gesehen hier die grünen punkte auf der karte ja da das sind die ressourcen die du mitnehmen kannst ja passiert cool entry card ja weil ich kann in dem pool auf purification ich konnte ressource nicht mehr mitnehmen ich war gerade am aufheben da war die zeit um das ist ja blöd ich hatte mich in der letzten ich hatte mir in der letzten folge als ich ein bisschen durch die stadt getigert bin hier unten rechts ist ja dieser dieser pool der reinigung man muss nur zwei euro sowieso habe ich mich in der stadt noch gar nicht umgeschaut da steht aber der pool der reinigung ist vorübergehend unter wartungen unautorisiertes personal wird der eintritt verboten ja es ist ja noch fertig ist ich habe noch fertig ist ich habe auf jeden fall schon eine eintrittskarte echt hast du ich habe gerade eine eingesammelt da draußen ach so cool da wollen wir direkt weitermachen oder was ich bin jetzt gerade ein bisschen heiß ja ich dachte du mal die mich ein starte müssen du hast noch drei herzen wie viele herzen habe ich bei dir moment phase einladung formen uni jetzt können wir mal ein charakter ein bisschen genau an der stelle ok du hattest wenn die mitgenommen und ein professor ja gut lag das sollte ich nicht mit acht was ich habe gelesen die die first mission die kostet kein herz so ich müsste ready sein du bist ready und ich bin auch ready dementsprechend nehmen wir die einladung von dem uni auch an ich habe den timer zu starten aber wir wissen ja eine minute dreißig haben wir für die mission gebraucht rechnen wir noch 30 oder 45 sekunden drauf ja passt hier los ich kann mich mit der hand super geil also ich kann mich mit der hand in die luft ja genau da haben wir zum beispiel und welchen benutzen oder du kannst auch so ist es zumindest bei mir ich kann mich an so einen typen ran saugen dann kann ich in der luft reich drücken und dann mache ich so ja ich habe es jetzt gerade festgestellt dass ich in der luft auch schiefen kann man muss mal nachladen okay dann hat doch schon nackig gemacht erst mal die schnecke einsammeln das hingefallen alert auger ist ich muss erst mal nachladen bevor sie los geht du hast gesagt wenn oben links das ding voll ist kann ich spezialattacke machen oder ja genau wenn da dieses zeichen voll ist kannst du denn spezialattacke machen da macht ja irgendwie diesen weg voll so stadt zum tutorial so klar machen aufgeladen und schluss und noch mal ich probiere mal zeitlufer okay nachladen jetzt habe ich hier aus die zeit über lustig schoss und ist dadurch stehen ich sehe nichts mehr ich sehe nichts mehr ich habe eine echt ungünstige position gewählt also manchmal muss ich auch noch er kommt auf die es kommt direkt auf mich zu ich bin runter gesprungen aus der wischen ich habe keinen fokus mehr die leiste die unter deinem lebensbalken ist die jetzt ich nehme ich nicht ausdauern und fokus da stehe ich hier mit dem professor an derselben stelle und schießt auf den ich glaube ich mich im kreis drehen kann alter das ist mit r3 noch mal gucken wie viel energie da noch hat gleich ist er da ok der dass die heilung 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 der wahrheit ja guck mal sich noch machen dann macht das sind er das ist die mit elf von meiner waffe wenn ich kreis gedrückt halt und dann kann ich bis meiner leiste leer ist mich im kreis drehen du kannst übrigens mit l2 kannst du befehle erteilen stimmt noch so kompanions so hätten wir das auch geschafft dann haben wir dafür zu forschen das war schon ein bisschen knackig auch vielleicht zwei minuten oder so ja schauen wir mal wir gebraucht haben wir kommen gleich weiter zack welcome back so phase 4 objective manhunter das viel sieht schon ein bisschen fieser aus ich würde sagen wir gucken mal ganz kurz aber vielleicht irgendwas verbessern oder abgrabbeln können wir müssen uns ja für den kampf auch rüsten oh ja ich komme hier bei der frau hierbei mit diesen zwei farbigen haaren kannst du dir was zu essen kaufen das gibt dir bewusst ich weiß nicht was hatte ich vorhin gesagt was was brauche ich materials in den sacred branch brauche ich nicht okay die waffe die der hat ist scheiße ja was er hier alles verkauft ist schlechter für mich ich habe auch überlegt bei der zeremoniellen tunika spaß und den ganzen kack ich teilweise ist das verbesserung aber teilweise auch nicht also was hoch geht ist weil sie nichts ist erde feuer wasser und der natur feuer wasser dann kann ich meine waffe vielleicht aufbessern was auch ich glaube mir jetzt mal das zeremonielle outfit komplett ich habe ja noch jetzt muss ja eigentlich das gold war doch um der hat doch nicht was ich brauche das frau dass dieselbe dieselbe klamotte nur im gelb der hat sich doch gelohnt oder voll also ich guck mal ob ich meine waffe mit dem weiler irgendwie ich hoffe was zu essen die running dragon oh ich brauche noch einmal schlangenhaut dann kann ich mir eine achtung pass auf jetzt der name gewehr rifle ich kann mir ein gewehr gewehr fertig oder ich warte noch und holen wir dann die entfällt ich habe mir erst mal die leber gegönnt was die kühlte unilever wo ich kann mit dem essen hier die gewählte leber das gibt ja auch doch gut ein boost für eine stunde ok dazu fehlt mir weißer reis es ist interessant ob ich dir das zeug geben könnte ich glaube ich glaube nicht schon wieder ab und ab und anlegen ich glaube das mache ich jetzt auch mal bei dem den ich jetzt habe wäre ja eigentlich cool wenn ich hier mit dir handeln könnte aber ich hatte hier kann ich nicht so ich gehe mal zur registrierungstante macht euch mal was habe ich denn hier liegt ein brief ja nach ich schon professor und so apropos professor wenn die zucker immer wieder mit und aber immer wenn mit kommt wenn gewinnt gewinnt wendelin so gut ist bereit und jetzt wird es witzig also ich denke mal das spiel brauche auch am anfang so eine gewisse eingewöhnungsphase in den kämpfen et cetera pp ja ja auf jeden fall so habe ich das so fühl ich kann man nicht so gut damit glaube es es kommt direkt auf mich zu ich kümmere mich mal um die minions ich würde gerne den boss einwesern aber irgendwie kriege ich den nicht ach so ich muss ja gedrückt halten jetzt lasst den doch mal auch spaß damit haben und nachladen auch da zieht auch schon ein bisschen hat wie aber ja ich sehe auch seine schwachpunkte ich habe eins seiner beine anvisiert das ist ja interessant wenn ich den extra dreckige minions ich muss nachladen wie immer die sicht die verbraucht auch irgendwie ein ich brauche ein neues ziel ich nehme mal wieder eins seiner beine du kannst die dinge direkt anvisieren ja wenn ich nämlich nicht dafür kann ich mich aber ein bisschen kreis ich habe auch als fälligkeit noch lidsch drinnen vielleicht auch gleich glaube ich noch mal okay das machen doch ich habe immer noch sein bein anvisiert ich lasse mal meinen schuss auf oh ja kommt was jetzt los irgendeiner hat eine schwachstelle von ihm glaube ich runtergeknüppelt das kann sein ja ja guck mal die beine die haben auch nicht eine andere form auf der einen so sind wo das kann jawohl ich habe das andere bein jawohl noch ein bein die beine wieder nachgewachsen ich glaube die beine sind extra gegner geworden keine zeit liegt was ich habe die beine eingesammelt mache ich mir schon wieder nachladen ich muss mir das echt angewöhnt ein bisschen wie beim ohr und schießen 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 nach land ja aber beim ohr und nachladen warum einfach nur mit rechts klick jetzt renne ich weg du es ich will dann stimmt die vorderbeine haben keine schwachstelle mehr denn es wirklich nur noch oben die zwei ich habe gerade auch nicht jetzt habe ich sie jetzt habe ich sie anvisiert mein special ist auch gleich voll nachladen wow so ich habe mein special gezündet und volltreffer aber ich habe es leider nicht gesehen aber unser professor bleibt ja einfach stehen und macht nix ach guck mal alter oh was macht der denn breakdance alter hat das viel abgezogen ich brauche es mir gerade so ein bisschen die minions ich muss jetzt erstmal hier irgendwie weg ich brauche es mir erstmal eine heilung drücken und ein bisschen live lage glaube ich ja liege habe ich jetzt auch noch mal aktiv ja meine anzeige ist sofort voll das kommt schon jetzt füllt doch endlich diese doofe anzeige jetzt warten wir noch fehlt ist okay so ein bisschen durch die achte ohren special attack also da ist er der muss schon wieder oben das bein wow er ist fast down wie war das r3 ne also gut achten der breakdance der macht richtig viel damage ich habe gemerkt ich bin down echt kann ich dich heilen vielleicht ne professor macht schon ah der breakdance der ist richtig übel okay mit der purification kannst du also auch heilen ich habe mich hochgeheilt kam aber hin da ist ja wohl und da geht ihr zeit für die baden der baden der schwarze spinne gg also ganz schön meine fröße erst mal hier also ist message ist ja dann mit dem brocken oh ja oh hätte es noch was versteckt das kommt schon ja hab's doch bekommen verdammt also ganz ehrlich irgendwie macht es spaß ich hätte sie gedacht ja ich muss mich muss mich zwar erst noch an die an die fähigkeiten und meine waffe und das da rumfliegen aber es geht man sollte nicht so viel rennen mit mit l3 lieber rennen mit mit r1 das ist günstiger weil wenn du dann stehen bleibst dann rutschst du erst mal noch zwei kilometer ich gucke mal ob ich jetzt was ich brauche ich brauche immer das ist fucking bei den group ja mir fehlt schlangenhaut dann könnte ich mir wenigstens eine neue waffe kräften hat man materials naja hat nur die sacred branch würde ich sagen hilft eigentlich nur ein zweiter form wäre cool wenn ich mit dir jetzt hier noch wirklich interagieren könnte aber ich drücke auf viereck lobbyinfo confirm hq da kann ich mir nicht mehr angucken was eingestellt ist okay wenn man sich die kreis liefst hat kann man das gleiche auch machen dann hat dann bloß nicht diese grenze von von drei stamina ist jetzt so bei den aktoren genau denn das ist jetzt bei denen bei den ersten missionen kostet es halt noch kein stamina wahrscheinlich damit man sich dran gewöhnen kann und man kann sich für im dlc shop sozusagen kann man sich dieser diese stamina zahl bis auf 8 erhöhen ok 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 ach so ich muss x drücken ich glaube schon manche angriffe kannst du gedrückt halten ok wir haben es auch noch ein weiteres feld das ist wieder mit vielen kleinen gegnern ich bleibe einfach bei dir wir machen das zusammen da muss er nachladen ich drücke die mal auf aid aber irgendwie machen die sowieso trotzdem was sie wollen ok wir wollen es auch nicht hallo und und ob man gangnam style aber ich habe sie gilt es ist eine mission aus schuss macht ein bisschen aber ich hoffe die schüsse war noch irgendwann mehr könnte doch auch stellen dass bei deiner waffe dann mehr munition halt reinkommt wenn sie wenn die verbesserung werden oder so ich habe wieder den fehler gemacht wird hey willst du kloppen ich habe sie jetzt auf 8 gestellt und die greifen jetzt niemanden von allein an außer wir greifen wie es aussieht zumindest das ist ok da kommt man vielleicht ja noch ein bisschen dazu was anderes zu machen oh fuck der hat mir so richtig einer eingeschenkt also so zwei hp hat es vielleicht gekostet alter schnecki aber entspanne er sich bitte ich muss eh nachladen oh da hinten ist irgendwas bei dem dicken og bei dem imp ich will nicht den imp ich will die schnecke oh was ist das denn ich kann mit meiner waffe wenn ich ich kann mit meiner waffe wenn ich hier die monster hand benutze ich weiß jetzt nicht wie das ding hier ist ich mach dir einen kolbenschlag als combo ist ja auch nice so ich bin jetzt hier beim boss schon soll ich den wirklich schon machen ich bin gestanden ich komme erstmal wieder zu euch ich kann nicht nachladen ich kann mich nachladen warum kann ich mich nach jetzt kann ich nachladen also wenn du gestanden wirst das richtig übel wo seid ihr wo bist du überhaupt da vorne ja 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 hallo oben links in der ecke siehst du ja die minimap und dann diesen lila zirkel ringsrum ja wenn der voll ist verreckst du wir sind ja der voll ist verrecklich ja das das ist so wir sind hier in so einer art vergifteten Umgebung ah ok weil unigebiet wahrscheinlich ja genau und es gibt dann so diese portal steine wenn du die hier aktiviert dann was wie so ein schutzkreis ey nicht wegrennen warum kann ich ja r2 nicht benutzen so ok ey guck mal sein kopf ist der schwachpunkt gerade ja ich will hier mal ein bisschen durch die ehlen also was gehen jetzt ich muss nachladen ja so langsam komme ich rein ich bin mir nicht sicher ich habe jetzt r1 und r2 gedrückt aber irgendwie nicht genau irgendwas hat sich glaube ich gemacht aber ich weiß nicht mehr was äh oh shit das habe ich von einem Imp-Ani gekriegt wiss ich gegen Zeit können wir nutzen Ladehemmung scheiße jetzt droppt ich eine echte Ladehemmung? ja das kommt mir manchmal so vor manchmal steht er da und versucht nachzuladen aber es passiert nicht da hinten leuchtet irgendwas ich renne er mal eben hin was attack up special move und los geht's hier sind doch so einzelne Gegner und die kümmere ich mich machen boah und hier ist auch noch ein collectible item jetzt kommt noch special oder? aber ich habe ihn wieder nicht on cam das müsst ihr dann beim Schakal vorbeigucken dann könnt ihr euch jetzt oben rechts in der Ecke drücken und dann kommt ihr zu ihm jetzt drücken? okay ähm ich glaube wir müssen uns ein bisschen beeilen oder? nö wir haben noch genug Zeit warte mal hier oben liegt noch was was ist das denn? Rifle Butterboor wenn du zu mir kommst wo bist du? äh da hinten ist Gundula Gauze Gundula Gauze na ich brauch so Schlangen Scheiß brauch ich ja ich weiß Snowflake Crystal hier vorne ist auch so ein fieser Wolf Dude die ah ja das interessiert ihn gar nicht oder? äh na ja nicht wirklich haha daneben irgendwie wechselt der ah wenn du jemand einvisiert hast dann bleibt der so lange im Fokus bis du die Kamera von Hand ändern willst also wenn du gefokust hast dann am besten äh den rechtest du nicht bewegen ach so unsere Aufgabe war ja die fetten raufenglaube zu killen ach so wir hatten eine echte Aufgabe außer alle drücken ja wir müssen 15 von den fetten Dudes hier killen ah oh er hat das schon oh guck mal da ist wieder so eine fucking Spinner ja geht sofort los oh shit mal erstmal schön quiggling ich war jetzt ein bisschen überrascht dass wir auf einmal neben uns stand ja ich auch ich lad nochmal kurz nach und dann ganz weiterhin mein Freund boah der hat mir wieder einen mitgegeben time for life ähm skill acquired mild rage was heißt das kann ich etwa die die Karten die ich aus also ich nenne es jetzt mal Karte ja die ich ausgerüstet habe für meine Fähigkeiten die level mit die level mit genau du kannst bis zu drei Karten kannst du dann irgendwann mitnehmen also kann ich bis jetzt einer für die Angriffsfähigkeiten die du da unten rechts in der Ecke hast und dann hast du noch zwei passive wenn ich das richtig mitbekommen habe au ich war's weg hier oh okay alles hier ähm wenn du R1 gedrückt hältst kann ich zum Beispiel noch an der R2 drücken dann gehe ich in den Onsloven Mode dann ähm lade ich keine HP mehr von allein auf dafür mach ich irgendwie richtig klasse shit und nachladen und weiter geht's aufs Ärmchen was ich hab den nicht getroffen mit meinem Special? was sind das für ein Files? topfiles oh ich bin grad irgendwie hart gestand gewesen mach laden ich kann nicht in den Onsloven Mode gehen ach so das muss bestimmt auch aus irgend so einem Balken aufgefüllt sein oh ich bin ja eingesperrt bei dem aber ich gehe auf beiden äh äh Minions ja ich verstehe es nicht was ist der rote Kreis der jetzt hab ich eigentlich kaputt aber was? ich konnte auch durchgehen aber ich bin durchgefallen besser gesagt haha hallo 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 skill acquired attack up ok wir benutzen mal noch ne Fähigkeit moment ich bin ja eingesponnen leech ja brauche ich definitiv auch nochmal eine Heilung und einen Leech ach ich nehm gleich alles mit oh geschissen au fuck ich muss jetzt gleich mal ne Runde wegrennen wenn dazu weiter geht Und ich bin wieder im Flüchte-Mode. Ich krieg ihn nicht mehr anvisiert. Hey lol, die abgeschlagenen Teile kann man tatsächlich einsammeln. Ah, jetzt. Das dauert nur ewig. Hallo, jetzt sind wir bald mal fertig. Das dauert lange. So, Special abgefeuert und direkt getroffen. Wie viel HP hat er noch? Moment. Äh, ungefähr ein Viertel. Ah! Oh shit, jetzt kommt er wieder. Breakdance move. Ich bin down. Ich hab mich direkt in den rein gesetzt. Also ich hab Super-Megaspecial mit meiner Demon Hand gemacht. Ich hab keine Ahnung wie, aber ich hab's gemacht. Ich hab's gesehen, irgendwas hat deine Hand gemacht. Wie so ein Schwert oder sowas. Ja. Faszinierend. Ja. Ich hab's auf Screen. Also wenn ihr das sehen wollt, schaut einfach mal bei mir vorbei. So ab Minute 24 glaube ich. Die linke Blau-Leiste hat sich dabei geleert, als ich das genutzt habe. Ich weiß nicht, was er vorhat. Auf jeden Fall steht er da und guckt in meine Richtung. Der scheißt irgendwas. Ah, der kackt schon wieder. Ja, der scheißt schon wieder Eier aus. Ah, fuck, der hat mich sogar heute getroffen. So eine Sau. Okay, ich muss mal Recoveren. Was macht er denn jetzt? Oh, er legt auf den Boden. Na. Das war alles down. Einsammeln. Warte, hier ist noch ein Collectible, direkt neben uns. Lass da schnell noch hinrennen. I will not allow these only to, was? Okay, wir sind aber immer noch nicht fertig, so wie es aussieht. Brauchen wir immer noch. Was ist eigentlich das hier? Ich hab keine Ahnung. Okay. Ich glaub, solange sind sollten wir uns auch ein bisschen beeilen. Warte, ich schau mal in unseren Tasks mischen. Wir müssen noch drei killen. Na, jetzt nehme ich mal. Klar können wir noch hin. Oh, die Schlange hatte nur noch ein Reinschlag. Warte mal hier hinten, liegt noch ein Collectible. Oh ja. Dekorativer Hairpin. Haarnadel. Das ist ja Haarnadel scharf. Hä, das ist auch nicht. Das ist direkt ein Gegner. Warte, warte, warte. Hier ist eine Schlange, hier ist eine Schlange. I got it. Na, Ends, Foxy Schlange. Oh, sie ist auch schon vielleicht down. Okay, meine Krabbelhand hat sie tot gemacht. Juhu. So, Moment. Immer noch einer. Und das nehmen wir auch noch mit. Hier ist ein Killingstone. Ja, vorne rechts. Was machen wir eigentlich? Weißt du, hast du rausgefunden, was die grauen kleinen Steinchen machen? Äh, Restore? Genau. Achso, das kann sein. Energie kann das sein. Das kann sein. Lumpy, warte mal auf mich bitte. Ja. I am waiting. Noch kurz help restore'n. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Run, run, run. Run, run, run. Run, run, jump. Run your booty. Run your booty. So, da bin ich. Und warte ich. Visier kurz an. Bam, bam. Oh. Da kommt der Lumpy ins Bild geflogen. 12 Minuten 30. Hammer hat's. Ganz schön krass. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen zurück ins Dürfchen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wir haben uns doch schon ein paar Minuten. Und dann. Definitiv. On tape. Geht echt schnell rum hier die Zeit bei dem Spiel. Ist das krass. Herrlich. Herrlich. Und wup. Teleportation activated. Dann sehen wir uns in der. Oh. Ja. Wir müssen noch tanzen. Ja. Ich mach mal hier. Salut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt. Let's play. 2. 2. 2. In Multiplay. Happy. Ja. Auf jeden Fall. Bis dann. Macht's gut. Tschüssi. Tschüssi. Hau uns rein. Hast du heaven. Ich neckt dich dran.